Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur 100 Baby Challenge mit unserer lieben Familie Kuna. Hier sehen wir unseren Leander Kuna, der schon schwungvoll aus dem Bett springt. Hier unten in der Leiste seht ihr, dass wir unsere Teenager im letzten Paar zu Erwachsenen gemacht haben. Die sind ausgezogen ins Wichtelgeschenk von der Sandra und von der Christa. Außerdem ist in der letzten Folge auch unser Meso, wird es so gesprochen, Mesiu Meso, ich sage jetzt Meso geboren. Da habe ich gerade die Benachrichtigung bekommen, dass sein Geburtstag naht. Der hat Morgengeburtstag, gut. Ja, und was wollte ich noch sagen? Das war es eigentlich. Dann gehen wir zu unseren Leander zurück und ich würde sagen, wir drücken auf Play. Die Kinder, die müssen übrigens in einer Stunde in der Schule sein. Wie geht's dir? Geh doch mal gleich duschen. Nicht in die Badewanne, das dauert zu lange. Unsere Leni ist auch wach. Leni, wo bist du? Die muss auf Toilette. Die geht schon, das ist auch schön. Unser kleiner Meso, der schläft. Ne, der schläft nicht, so ein Quatsch. Unser kleiner Meso, dem geht's noch gut. Jamela liegt auch noch im Bett. Achso, und einen neuen Mann haben wir platziert für die Jamela. Die ist jetzt übrigens auch aufgestanden. Und zwar hier den Ranolz, den Herrn Ranolz. Und da haben die schon eine kleine Liebesleiste. Das werden wir heute auch noch in Angriff nehmen. Leni ist zur Schule gegangen. Kenny, auf geht's. Du musst auch in die Schule. Aber er geht schon brav zur Grundschule. Und Leander, der geht auch zur Grundschule. Wunderbar. Jamela, dann würde ich dich bitten. Ach, die räumt schon auf. Das ist sehr gut. Die Würstchen kann man auch noch in den Kühlschrank stellen. Und kannst du, ne, guck mal nicht Fernsehenräume hier wegwerfen. Und dann gehst du bitte in deinen Garten. Machst einen Mega-Verkauf. Und hier können wir was weiterentwickeln. War das das, was geblinkt hat? Nein. Ah, hier blinkt's. Weiterentwickeln. Unser Baum ist aber nicht so gute Qualität. Aber gut, vielleicht wird das noch. Und dann würde ich sagen, kannst du mal den Herrn anrufen, einladen, auf dem aktuellen Grundstück abzuhängen. Hier können wir auch weiterentwickeln. Nein. Naja, Milla, du brauchst aber ewig was. Was machst du jetzt mit dem Staubsauger? Nochmal Müll leeren, okay. Gut, und kommst du jetzt? Jetzt leert sie dort noch den Müll. Na gut, dann können wir hier mal nach der Post gucken. Da ist aber nichts gekommen. Nein. Gut. So, jetzt hat sie es aber. Jetzt kann sie ernten gehen. So, sie hat jetzt ihren Mega-Verkauf gemacht. Machen wir hier auch nochmal einen Mega-Verkauf. Wo rennst denn du hin zum Telefonieren? Bleib doch gleich da. Dann alle jäten. Hier auch noch einen Mega-Verkauf. Carla ruft an. Was möchtest du, Carla? Carla, die ruft jeden Part an und fragt, ob sie ein Baby machen soll. Entscheide das durch du selbst, Mäuschen. Du bist schon lange ausgezogen. Und er ruft auch gerade an. Hey, Milla, ich bin's. Wie wär's mit einer Verabredung? Ich kann leider nicht. Du kannst gerne zu mir kommen. Ich rufe dich gerade an, dass du kommst. Okay, er wird gleich da sein. Sehr gut. Üble Sache. Kenny ist krank geworden. Oh, dann untersucht mal mein Kind sorgfältig. Das wäre nicht schlecht. So, Milla, komm, lauf los. Mach mal ein bisschen hin. Ja, unser kleiner Messu, der schreit, der braucht bestimmt was zu essen, liebkosen, angoren. So, ich hoffe, unser potenzieller nächster Vater wartet auf uns, bis wir das alles erledigt haben. Da kommt er schon, oder? Ist er das? Nee, das ist der Postbode. So, sie ist hier im Garten. Post wurde zugestellt. Okay, ist das unser Herr? Ich glaube schon, oder? Ja. So, Milla ist fertig im Garten. Die kann jetzt zu unserem kleinen Messu gehen. Und dann können wir die Post holen. Ja, ja, das ist der, der... Oh Gott, der ist ganz schön wütend. Wir sind gleich da, Schnuckilein. Oh, der stopft gleich rein. Haben wir dich reingelassen? Aber er fühlt sich wohl. Der ist duftet gut bei uns. Und er freut sich, dass er die Milla sieht. Sehr gut. Müssen noch die schmutzigen Windeln wechseln. So, jetzt ist aber Ruhe, oder? Post können wir später holen. Wir gehen erst mal zu unserem Herrn. Verschöne ihm mal den Tag. Mach mal ein von Herzen kommendes Kompliment. Und dann würde ich sagen, flirte mal mit ihm. Oh, der ist wütend. Aber jetzt ist er glücklich. Oh, schön. Jamila hat ihm die Wut verfliegen lassen. Posiere mal aufreizend. Und er lebt mal den ersten Kuss. Oh, er ist sehr kokett. Das ist gut. Sehr gut. Und können wir schon? Nein. Können wir noch nicht. Was macht er? Sie nimmt sich ein Stück Kuchen. Wo ist er denn jetzt hin? Hallo, wo bist du? Unser Haus ist eindeutig zu groß. Wo ist denn der jetzt hingegangen? Also, sie will noch mit ihm plaudern. Aber ich finde ihn nicht. Wo ist er denn? Ist der hier draußen irgendwo? Hallo, wo bist du? Da ist er. Küss ihn noch mal. Biet ihm mal eine Rose an. Ihr seid doch schon total kokett. Aber die können noch kein Techtelmächtel machen. Jetzt, Techtelmächtel. Auf geht's. Wir müssen uns nämlich beeilen, bis die Kinder aus der Schule kommen. Es ist nämlich 14.50 Uhr. Zieht ja eine ganz schöne Stinkewolke hinter sich her, oder? Und? Hoffen wir mal, dass es klappt. Ja, die Schule ist für heute aus. Kinder sind schon zu Hause. Gott sei Dank ist die Tür zu. Die lassen wir erst mal um sich selber kümmern. Kenny muss eh auf Toilette. Kannst du mal hier hingehen. Leni muss duschen. Geh mal hier duschen. Und Leander, dem geht's relativ gut. Da gucke ich mal, ob wir die in eine Gruppe, einer Gruppe beitreten. Haben wir noch keine? Wo ist unsere Gruppe hin? Aber der Kenny hat einen. Ja, hier. Da können wir den Leander und die Leni mit reintun jetzt. So. Und dann versammeln wir uns mal. Und wenn ihr dann alle fertig seid... Oh, was machst du hier drin? Leander. Ja, wow. Das Geschenk war für dich gedacht. Sei dankbar und mach bitte deine Hausaufgaben. Du hast gar nichts hier in meinem Schlafzimmer verloren, Leander. Was soll denn das? So. Und Jamila, du guckst mal, ob du schwanger bist. Willst du jetzt gehen? Du, vielleicht brauchen wir dich noch. Halt, stopp. Nein, wir brauchen ihn nicht mehr für zwei Essen. Also, es hat geklappt, aber irgendwie ist unsere Jamila total stinkig. Was habt denn ihr gemacht, dass du so stinkst? Geh mal duschen. Du brauchst jetzt nicht mehr mit ihm reden. Geh mal lieber duschen. Du siehst aus. Das gibt es ja gar nicht. Wow. So. Und machen denn unsere Kinder schön Hausaufgaben? Wo sind sie denn? Er macht Hausaufgaben. Sie macht Hausaufgaben. Und er macht natürlich keine Hausaufgaben. Leander. Hausaufgaben machen. Komm. Nicht schwimmen gehen. Hausaufgaben war jetzt angesagt. Und wenn Jamila fertig ist, kann die mal hier alles servieren, damit die Kinder was zu essen haben. Und dann schauen wir mal nach unserem Messer. Dem geht es noch gut. Kenny sitzt hier und macht seine Hausaufgaben an seinem Schreibtisch. Sehr schön. Und Leni und Leander, die Zwillinge, machen hier gemeinsam Hausaufgaben. Fleißig, fleißig. Aber dann möchte ich mal schauen, wie es bei denen gerade so aussieht. Beim Kenny. Was braucht der noch? Der braucht eigentlich nichts mehr. Das sieht auch schon gut aus. Der wird wahrscheinlich zum Einserschüler. Leni ist noch Dreierschüler. Aber die wird auch zum Zweierschüler am nächsten Tag. Und ich denke, beim Leander wird das genauso sein. Alle wunderbar grün. Allen geht es gut. Ja, Mella, du könntest mal. Ich glaube, ich habe schon wieder einen kaputten Staubsauger gesehen. Wir können hier mal den Müll leeren. Und irgendwo hat einer gebrummt. Da den Reparaturservice anrufen. Und ja, das reicht. So. Kenny, du bist fertig mit Hausaufgaben, oder? Und Leni ist auch fertig. Oder Kenny, hast du einfach aufgehört? Schauen wir mal nach. Ja, der hat seine Hausaufgaben gemacht. Sehr gut. Dann kann er sich jetzt vergnügen, wie er möchte. Jawohl. Sehr schön. Leni, du darfst auch machen, was du möchtest. Sehr schön. Und der Leander muss noch ein bisschen was machen. So. Ja, Mella. Oh, guck mal. Hier ist jemand zu Besuch. Amy. Leni, willst du die vielleicht mal reinlassen? Gehst du schon? Halt, stopp. Warte mal. Stell dich doch mal freundlich vor. Vielleicht wartet sie ja auf dich. Ja, sie wartet. Schau mal. So, und du, Jamella, holst mal bitte die Post. Und dann kannst du dir was zu essen nehmen. Der Reparaturservice kommt. Das ist sehr gut. Oje, ja. Da, unsere Spülmaschine ist auch kaputt. Gut, dass der vorbeikommt. So, was hat sie aus dem Postkasten geholt? Oh ja, allerhand. Das ist gut. Dann kann sie, sie nimmt sich schon selber was zu essen. Und während unsere Jamella isst, können wir hier das verkaufen. Das, das, das. Haufen Samenpakete. Aber die brauchen wir jetzt nicht. Zocken ist magisch. Ja, wenn du das findest, dann ist das in Ordnung für uns. 1015 Simoleons. So, aber ihr geht sonst ganz gut. Und ihr zwei? Versteht ihr euch? Ja. Sie möchte jetzt ihre Mama um Rat fragen. Sind wir mal gespannt, was sie so sagt. Wie geht's unserem Baby? Geht's gut. Sehr schön. Hast du deine Mama nicht gefunden? Ach, jetzt ist er erst da. Zum Rat fragen. Arbeite weiter daran. Übung macht den Meister nicht klug genug. Ja, wer von wegen. Du bist aber sehr klug. Du bist so fleißig, Mäuschen. Hm? Gibt's doch gar keine Frage. So, sie möchte jetzt Computer spielen. Wie sieht's denn aus? Oh, da hat jemand Hunger. Nimm dir mal ein Gericht. Leni, Computer spielen und nicht wissen, dass du aufs Klo musst, ist auch ein bisschen blöd. Geh mal auf Toilette. Und Hunger hast du auch, falls du das nicht merken solltest. Und Leander, der ist bei unserem Baby. Da ist bestimmt was los. Aber geh dir auch mal bitte ein Gericht nehmen. Dann kann sich unsere Jamila um unser Baby kümmern. Der braucht nämlich schmutzige Windeln. Oh ne, geh du mal da weg. Hallo, geh mal da weg. Wir schicken die jetzt mal heim. Es ist schon spät. Nach Hause schicken. Es ist 20.40 Uhr. Da gehen kleine Kinder nach Hause. Sehr gut. So, jetzt können wir an unser Kind wieder ran. Ja, wir sind gleich da. Wir wurden blockiert, Kindchen. So, jetzt ist Jamila da und kann dich befreien von deiner Kackiwindel. So, und kosen wir dich nochmal. Und hüpfen. Und schauen wir mal, was hier los ist. Bestimmt hat er Hunger. Liebe Natiko, wenn du den Part siehst, du siehst hier, unsere Jamila ist wieder schwanger. Wenn du Lust hast, kannst du mir ja ein paar Namen schreiben. Und zwar mit dem Anfangsbuchstaben wie deinen mit N nämlich. Das wäre sehr lieb von dir. Natürlich nur, wenn du magst. Du musst natürlich nicht. Dann suche ich Namen aus. Aber ich glaube, du freust dich darüber, wenn du die Namen aussuchen darfst. Schauen wir mal, wie viele Babys das werden. Aber ich werde an dieser Stelle, unser kleines Baby schläft schon, jetzt alle Kinder ins Bett bringen und euch dann am nächsten Morgen zurückholen. Guten Morgen. Unser kleiner Mann schreit. Ich glaube, wir finden mal erstmal heraus, was los ist. Unsere Kinder sind auch schon wach. Guten Morgen. Außer unser Kenny. Der macht nämlich eine Phase durch. Kenny macht eine Phase durch. Er ist ziemlich anhänglich und bleibt ganz nah bei seiner Betreuungsperson. Okay. Der wollte nämlich in der Nacht aufstehen. Aber gut, wir werden mal schauen, was er so macht. Und was ist, hast du rausgefunden, was los ist? Okay. Füttern ist mal. Dann nimm mal deinen kleinen an die Brust. Und wir gucken mal zu unserer Leni. Leni hat sich, ich wollte gerade sagen, sie hat sich was zu essen genommen. Aber nein, sie räumt auf. Leni, super. Der geht wunderbar. Und unser Leander, der sitzt am Computer. Leander, Essen nicht vergessen. Geh mal auf Toilette erstmal. Und Jamila, du könntest mal Essen herstellen. Mach das mal. Alles servieren. Was willst du denn da machen? Klaas Wasser nehmen. Nicht so. Die Kinder müssen in einer Stunde in der Schule sein. So, Leander, dann kannst du dir jetzt was zum Essen nehmen. Jetzt habe ich aufs Hähnchen geklickt. Naja gut, das macht nichts. Da bleibst du stark, wenn du das zum Frühstück isst. Und unser Kenny. Kenny, du musst auf Toilette. Merkst du das nicht? Steh mal auf und geh aufs Klo. Und heute ist der Geburtstag von unserem kleinen Messow. Den werden wir dann natürlich älter werden lassen. Aber erst wenn die Kinder in der Schule sind, da können wir uns dann mit dem beschäftigen. Was ist hier? Nacht in der Stadt. Okay, da werden wir nicht dran teilnehmen können. Jamila, hier stinkt es im Kühlschrank. Kannst du mal das verdorbene Essen ausräumen? Es wäre nicht schlecht. Aber wenn wir das in den Kühlschrank packen hier und nur ein bisschen was draußen stehen lassen, dann verdirbt uns das doch nicht so schnell, oder? Ich lasse mal das frittierte Gemüse derweile draußen, bis unser kleiner Mann zum Kleinkind gealtert ist. Da kann der sich dann gleich was nehmen. So, Leander ist jetzt in die Schule gegangen und die anderen auch. Wir können hier weiterentwickeln. Wir müssen den Garten pflegen. Unser Baby schläft noch. Dann machen wir hier einen Mega-Verkauf. Und hier machen wir auch einen Mega-Verkauf. Sie muss erst noch gießen. So, unsere Kinder sind alle in der Schule. Und eigentlich müsste Kenny heute auch Geburtstag haben. Zweiergrundschüler und der ist super gut drauf. Der wird heute auch noch zum Teenager. Na, das ist ja toll. So, schauen wir mal. Hat sie jetzt alles verkauft? Nein. Oh, doch. Aber hier, das fehlt noch. Mega-Verkauf nochmal machen. Und da hängt auch noch was dran. Und hier auch noch Mega-Verkauf. Super, der Garten ist in Ordnung. Prima. Unser Baby ist wach. Und dann würde ich sagen, lassen wir es mal älter werden. Denn wir haben ja immerhin noch einen Geburtstag heute wahrscheinlich zu bestreiten. Besucht es direkt. Ignoriere das mal bitte, wenn die dich da ärgern. So, es geht los. Und wir würfeln. Unabhängig. Sehr schön. Schau mal. Oh Gott, ist der süß. Der hat eine Brille auf. Oh Gott, ist das ein süßes Kerlchen geworden. Och Gott. Und es gab wieder einen Haufen Geschenke. Schön. Du bist ein süßer kleiner Mann. Und? Kaum Geburtstag gehabt, gleich was futtern gehen. Gut, dass wir das draußen stehen gelassen haben. So, Jamila. Wie geht's dir eigentlich ganz gut? Wieso bist du so? Nee, nee. Back mal eine Torte. Wir brauchen nämlich eine Torte für unseren Kenny. Natürlich unsere berühmt-berüchtigte Schokotorte. Und du kleiner Spatz. Der sieht süß aus. Der gefällt mir. Den werden wir gar nicht so viel umstylen müssen. Die Brille muss er unbedingt behalten. Der sieht so knuffig aus. Das gefällt mir. Und die Bewegungsfähigkeit hat er erworben. Super. Sehr schön. So, unsere Torte ist fertig. Und er hat die Kommunikationsfähigkeit. Erworben. Halt. Stopp. Kerzen hinzufügen. Nicht, dass da jemand unseren Kuchen futtert. Kannst du aufs Töpfchen gehen, du kleiner Mann? Och, der ist müde. Und, was macht ihr zusammen? Er geht ein Nickerchen machen. Genau, mach das mal. Och Gott, ist der süß. Oh, bist du müde? Ja, leg dich hin. Mach ein kleines Nickerchen. Haben wir Glück gehabt, dass er unabhängig ist? Hm? Dann schlaf mal schön. Oh, kannst du nicht schlafen? Was ist? Jetzt kommt er wieder raus. Er will mit der Jamila prappeln. Und dann will er ein Nickerchen machen. Jamila, hast du etwa den geweckt? Kann ja wohl nicht sein. Kannst du ihn mal bitte hinlegen? Wäre vielleicht nicht schlecht. Bring ihn mal ins Bettchen, komm. Wenn die anderen dann aus der Schule kommen, dann muss er fit sein, damit er mit Geburtstag feiern kann. Oh, was war das? Ach Gottchen, was hat denn der für einen schönen Anzug an? Ey, der ist ja allerliebst. Schlaf schön, kleiner Mann. Gute Nacht. Bis gleich. So, unsere Kinder sind aus der Schule zurückgekommen. Soll Leni die Klassenkameradin Emi zu sich einladen? Ja, das kannst du gerne machen. Und Kenny hat gute Noten. Er hat hart gearbeitet und ist jetzt Einzelgrundschüler. Das heißt, wir haben noch einen Geburtstag. Sehr schön. Da sind sie, unsere Kinderlein. Dann kommt mal alle hier hin. Hier steht nämlich schon die Geburtstagstorte bereit. Zusammen hier hingehen. Und du, kleiner Mann, du bist auch wach. Wartet in der Schlange. Hä? Komm mal hier hin. Der ist immer noch müde. Der hat nicht geschlafen. Der hat Angst vor Gewitter oder einen Albtraum hat er gehabt, der kleine Mann. Okay, Kenny, es geht los. Kenny darf Geburtstagskerzen auspusten. Und alle rennen sie weg. Na toll. Na, klappt's nicht? Keiner mehr da. Kenny muss leider alleine Geburtstag feiern. Die sind alle kurz vor knapp wieder abgehauen. Aber ich bin da. Oh ja, der wäre ja kleptomanisch. Insider, gut. Wenn du Insider bist, dann tun wir dich doch hier zur Beliebtheit stecken, oder? Und dann machen wir dich zum Leitwolf. Herzlichen Glückwunsch. Und der schaut gut aus. Kenny, hübsches Kerlchen. Na ja, unser kleiner Messu ist hier. Der guckt mit. Und die Jamila kommt da hinten im Hintergrund. Aber an dieser Stelle beende ich den Part. Der Kenny hat doch noch den kleinen Messu als Gast gehabt. Und Jamila kommt auch von da hinten her. Die beiden, also Kenny und Messu, werde ich umstylen für die nächste Folge. Und ich hoffe, wir sehen uns am nächsten Sonntag. Wieder und bis dahin sage ich Tschüss und Ciao.